So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play, der Budding of Isaac Rebirth und den DLC Afterbirth und den DLC Afterbirth Plus. Ich bin zwar der Euroboom36 und wir machen nun hier spannend weiter. Okay, so, geschafft. Nääääh. Full health! Die muss ich behalten. Und zwar ganz schlimm. Meine Güte. Ah! Oh! 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 Näääh. Ja, das war ganz schlau. Egal. No! Mmh Mhm! 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 Halte wasser! Geil, diese Spinne mag ich ja sehr gerne. Secrets, okay. Was ist eigentlich das für eine Karte hier? The Moon. Ne. Okay. Was ist das jetzt hier eigentlich? Schau mir da. Aha. Ja. Weit weg ist ein Dämonen. Ich weiß. So, jetzt hab ich nämlich zweimal full health. Das finde ich voll cool. Okay. Bisschen übertrieben. So. Nee, ich häng fest. Lack ab. Okay. Okay. So. Ah ja, ich weiß ja nicht, was es ist. Ja, kann ich dann ja nicht holen. Aber nicht, dass ich mir jetzt alles versaue. Oh Gott, oh Gott. Hupi Hupo. Oh Gott. Oh Gott. Fears of Darkness? Äh, nicht schon wieder. Neun Livs will ich nicht, danke. Neun Leben möchte ich echt nicht. Damage resorted. Geil. 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 Das ist ein halbes Jahr, das ist das nicht mit. Was für ne Musik! Das ist ein halbes Jahr. Was ist das hier eigentlich? Ne danke, lass mal. Ähm, so. Oh, geil. Oh, geil. So. Finde ich beide scheiße. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Fliege? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, geil. 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 Iya, wir commercials. Nu, auch geil. Oh, geil. Ach, Mann. Wo bleibt denn Delirium? Ich bin gut bewaffnet für Delirium. hmm oh Na gut, wir machen hier weiter im nächsten Video, also bis dahin, ciao, ciao!